Heute gebe ich dir drei Tipps, wie du in Logic Pro X schneller Drums programmieren kannst und ich bin mir sicher, dass du noch nicht alle kennst. Also bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal ist eine Musikproduktion in Logic Pro. Wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir zehn Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Also Logic Workflow Checkliste unbedingt runterladen, unten im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt geht's los. Es geht also ums Drums programmieren oder auch ums Beats bauen und wir befinden uns jetzt hier im Piano Roll Editor. Ich weiß, dass halt Logic 10.5 der Step Sequencer mit dabei ist, mit dem auch viele Beat Programmer arbeiten. Aber wenn du so wie ich aus der älteren Welt kommst, dann bist du einfach hier diesen Piano Roll Editor mit den MIDI Events gewohnt und deswegen werde ich auch weiterhin damit arbeiten, auch wenn der Step Sequencer ein cooles und mächtiges Tool ist, okay? Was ich jetzt hier gemacht habe als erstes ist, ich habe mir einfach ein Drum Set reingeladen von Logic selber aus dem Drum Kit Designer. Hard Bounce heißt das und habe es auch gar nicht groß verändert. Also zunächst mal nichts Besonderes. Was wir als nächstes brauchen, ist eine MIDI-Region. Die mache ich über Control-Click. Hier im Arrangierfenster zeichne ich die leere MIDI-Region ein. Und dann haben wir die schon. Ich scroll mal noch ein bisschen nach unten, dass wir hier die Hauptinstrumente sehen. Und jetzt siehst du hier unten diese Instrumente, die ich jetzt brauche, also Kick, kann ich auch gleich anspielen, Snare, Hi-Hat. Das sind so jetzt die wichtigen Sachen, die wir jetzt zunächst mal brauchen. Was du jetzt machen kannst, um Events einzuzeichnen, ich mache es gerade mal größer, ist, du kannst einfach das Stiftwerkzeug benutzen. Du kannst hier Sachen reinmalen und das ist aber auch schon alles, was du damit machen kannst. Und das ist sehr, sehr umständlich, so einen Drum Beat sich zu bauen und du kommst auch nicht besonders schnell vorwärts. Wesentlich schneller geht es mit dem Pinselwerkzeug oder mit dem Brush Tool, was auf Englisch ein bisschen cooler klingt. Also nehmen wir hier mal das Brush Tool, das ist hier ganz unten. Und hiermit kannst du jetzt auch Events einzeichnen, also Midi-Events, genauso wie mit diesem Stiftwerkzeug. Allerdings siehst du schon, wenn ich jetzt hier auf der Note bleibe, dann habe ich gleich ein Radiergummi. Das heißt, ich kann hier viel schneller nacharbeiten, zum einen. Und ich kann auch, wenn ich jetzt das Pinselwerkzeug gedrückt halte und ziehe, dann zeichne ich mehrere Events ein. Okay, das ist schon mal cool und das geht wesentlich schneller. Bevor wir jetzt richtig loslegen, noch zwei grundsätzliche Sachen, die dir weiterhelfen können beim Jumps Programmieren in Logic hier im Piano Roll Editor. Was wichtig ist für den Grid hier, also für das Raster, ist hier oben diese Ansicht im Transportfenster hier. Und zwar richtet sich das Raster hier oder der Rasterwert hier oben nach der Note, nach dem eingestellten Notenwert. Wenn ich jetzt hier also Achtel klicke, dann siehst du, dass es sich hier halbiert und du hast hier pro Strich immer Achtel. Ich schalte jetzt wieder zurück auf Sechzehntel. Zack, jetzt habe ich wieder Sechzehntel. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Das Brush Tool selbst richtet sich nach der Zeitquantisierung hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier ziehe, dann zeichne ich jetzt Sechzehntel ein. Den kann ich schnell wieder rausradieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur Achtel wollte, dann würde er nur Achtel einzeichnen. Also das kann ich hier relativ zügig umstellen. Und das werden wir auch gleich sehen, wie schnell das geht. Was ich jetzt als erstes aber mache, ist, ich zeichne erstmal einen Grundgroove ein, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Okay, ich habe ein bisschen was gebaut und das klingt so. Okay, und darüber möchte ich jetzt mit dem Brush Tool ein paar Pattern drüber zeichnen, also eine Hi-Hat-Figur. Und was jetzt ein bisschen kritisch ist bei diesem Brush Tool, wenn du hier ziehst, ist gerade, wenn du ein bisschen zittrige Hände hast oder du nicht so genau zielen kannst, ist, wenn du jetzt hier das einzeichnest, ich mache es gerade mal und in der Zeile verrutschst, dann landest du natürlich auf einem anderen Instrument bzw. auf einer anderen Taste hier auf der Keyboard-Tastatur. Das ist ein bisschen blöd und besonders, wenn du jetzt lang daran arbeitest, dann kann es teilweise ein bisschen schwierig sein, hier immer richtig zu zielen. Aber es gibt einen sehr coolen Shortcut, der da Abhilfe schaffen kann. Wenn ich jetzt also hier Sechzehntel einzeichnen möchte, dann kann ich jetzt hier einfach diese erste Sechzehntel drücken. Ich halte sie gedrückt und drücke einmal kurz auf die Umschalt-Taste. Wenn ich jetzt hier einzeichne und das Brush Tool hin und her bewege, siehst du, dass er stur wie ein Esel hier auf meinem Fiss bleibt. Das ist schon mal sehr, sehr gut, denn somit brauchst du nicht so genau zielen, sondern du ziehst das einmal rein, wählst einmal die richtige Note aus und kannst dann sofort anfangen zu zeichnen. Eine noch coolere Funktion ist, wenn du wiederum das erste MIDI-Event einzeichnest, wieder auf die Umschalt-Taste drückst und diese jetzt gedrückt hält. Denn jetzt kannst du, wenn du das während dem Einzeichnen, wenn du das Brush Tool hoch und runter bewegst, auch noch die Velocity einstellen. Das mache ich jetzt mal. Und somit kannst du natürlich sehr schnell Notenwerte einzeichnen, die eine unterschiedliche Velocity haben. Das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber dem Pencil Tool hier oder dem Stiftwerkzeug. Also damit kannst du sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig arbeiten. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen was einzuzeichnen und versuche zwischen den verschiedenen Notenwerten rumzuswitchen. Also ich fange mal an vielleicht mit Achtel oder wir zeichnen einfach nur Achtel ein. Ja, ich drücke hier wieder drauf, ich halte die Taste gedrückt. Okay, jetzt habe ich hier zunächst nur Achtel eingezeichnet. Das ist natürlich tödlich langweilig und deswegen probieren wir jetzt mal hier ein bisschen mehr einzuzeichnen. Und ich schalte jetzt einfach hier immer um, wenn ich Notenwerte hier verändern möchte. Wenn zum Beispiel hier jetzt mal auf Sechzehntel gehen. Zack, dann zeichnen wir Sechzehntel dann. Dann können wir hier, man kann natürlich auch Triolenwerte einzeigen, das ist auch kein Problem. Dann gehen wir hier runter, Sechzehntel Triole. Hören wir mal rein. Also du siehst, das geht richtig zügig, hier mit diesem Brush Tool Hi-Hat-Figuren zum Beispiel einzuzeichnen. Das Brush Tool hat auch noch eine Sonderfunktion, die interessant ist für bestimmte Produktionstechniken. Und das ist das Pinselmuster. Das heißt Pinselmuster. Das zeige ich dir jetzt auch noch kurz. Müssen wir hier kurz umschalten. Ich erweitere hier mal das ganz kurz. Ein bisschen weiter rüber. Und ich kann jetzt hier Pinselmuster festlegen. Und das mache ich ganz einfach so, indem ich jetzt mit dem normalen Tool erstmal alles markiere. Jetzt kann ich hier wieder auf das Pinseltool zurückschalten. Und kann hier mit Control-Klick auf eine Note gehen. Dann siehst du hier oben Pinselmuster definieren. Wenn ich das jetzt auswähle, siehst du, dass dieses Brush Tool hier anders aussieht. Und was jetzt passiert ist, ich kann dieses Pinselmuster, also diesen Groove, weiter einzeichnen. Wenn ich ihn jetzt hier rüber ziehe, dann zeichnet er mir genau dieses Muster ein. Aber ich kann ihn zum Beispiel auch transponiert einzeichnen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch den höher einzeichnen. Siehst du das hier? Oder auch tiefer. Und dann zeichnet er mir genau das gleiche Muster ein, aber in einer anderen Tonhöhe zum Beispiel. Könnte ich hier jetzt festlegen. So, schauen wir mal, ob es dann letztendlich Sinn ergibt jetzt hier. Okay, verstanden. Also er übernimmt genau das gleiche Muster, aber du kannst es transponiert einzeichnen. Also sehr gut für Kreativität. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer zwei fürs Drum Programming. Tipp Nummer zwei ist die Notenwiederholung. Das ist hier dieses unscheinbare Symbol hier oben. Das kannst du ausklappen, wenn du die erweiterten Werkzeuge ausklappst. Also wir haben hier die Notenwiederholung. Und bevor ich dir das zeige, zeige ich dir noch einen coolen Shortcut, den ich jetzt erst wieder gelernt habe, den ich ewig gesucht habe und nicht gefunden habe für den Piano Roll Editor, um etwas sehr schnell zu kopieren. Und das ist Command R. Wenn ich jetzt hier das kopiere und drücke Command R, zack, dann habe ich es hier einfach rüber kopiert. Und ich hatte den vergessen und ewig gesucht, weil der so super nützlich ist. Also merkt ihr den unbedingt. Das funktioniert übrigens auch im Arrangierfenster. Command R, zack, 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 kannst du Regionen kopieren oder MIDI-Events und so weiter. Ja, unbedingt merken. Okay, aber jetzt geht es weiter mit der Notenwiederholung. Ich klicke da einfach mal drauf. Und was wir jetzt noch machen, ist, ich blende dir mal das MIDI-Keyboard ein, damit du ein bisschen besser sehen kannst, was ich hier mache. Machen wir es mal hier oben hin. Und zwar ist diese Notenwiederholung, bedeutet schlicht und ergreifend, wenn ich auf eine Taste drücke, hier in meinem MIDI-Keyboard, jetzt im Moment hörst du nur eine Hi-Hat. Und du siehst es hier oben, ich zeige es wieder auf dem Bildschirm. Du siehst das hier oben, sieht man nicht ganz so gut, wir werden es ein bisschen größer machen. Du siehst hier oben, ich drücke also auf dieses Fis und egal wie lange ich drücke, kommt immer nur ein Ton, wenn die Notenwiederholung nicht eingeschaltet ist. Die ist jetzt hier schon eingeschaltet und jetzt lasse ich gedrückt. Aber es erscheinen Achtel oder es erklingen Achtel. Das kannst du auch mit Sechzehntel machen. Okay, du siehst hier oben am MIDI-Keyboard, ich halte die Taste nur gedrückt. Also diese Funktion wiederholt die Noten und zwar über eine bestimmte Range, die ich festgelegt habe. Man kann die Sache jetzt noch weiter treiben und zwar, indem ich das Modulationsrad zuschalte. Hier unten kannst du übrigens noch auswählen, ob du triolische oder punktierte Werte dazu nimmst, möchtest oder nicht. Aber ich kann jetzt hier über das Modulationsrad festlegen, welche Note gespielt wird. Ich habe mir hier schon eine Range festgelegt und zwar von ein Achtel bis ein Vierundsechzichtel. Und wenn ich jetzt dieses Fis gedrückt halte und das Modulationsrad drehe, dann springt er, siehst du hier oben schon, das Modulationsrad drehe, springt er zwischen diesen Notenwerten hin und her. Und ich kann jetzt hier das Modulationsrad praktisch über das Modulationsrad die Notenwerte umstellen, und drücke mal auf das Fis. Wir können mal eine Aufnahme machen, die wird grässlich werden, weil ich immer so eine furchtbare Latenz habe durch mein Videoaufnahmeprogramm, ein Bildschirmaufnahmeprogramm. Ich versuche mal aufzunehmen und halte einfach diese Fis-Taste gedrückt und drehe dann am Modulationsrad. Ergibt jetzt nicht viel Sinn, aber es ist schwierig für mich, mich zu konzentrieren bei dieser Latenz durch das Bildschirmaufnahmeprogramm. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Du kannst also hier über das Modulationsrad sehr schnell die Notenwerte verstellen. Man kann es noch weiter treiben, und zwar mit der Velocity, ähnlich wie beim ersten Beispiel, dass ich die gezeigt habe, und zwar über Aftertouch. Aftertouch ist ein MIDI-Control-Befehl, und mit Aftertouch kannst du, je stärker oder je schwächer du auf die MIDI-Taste drückst, eben verschiedene Funktionen erzeugen. In diesem Fall stelle ich jetzt die Velocity auf Aftertouch ein. Das heißt, wenn ich die Taste stark gedrückt halte oder runterdrücke, dann habe ich einen lauten Notenwert, und wenn ich sie leise runterdrücke, dann habe ich einen weniger lauten Notenwert. Das können wir jetzt auch nochmal probieren, zusammen mit diesem Modulationsrad. Okay, das heißt, ich kann also jetzt praktisch über das Modulationsrad den Notenwert steuern und kann über den Aftertouch, also über die Anschlagsstärke, wie stark ich die Taste der Anschlag, die Velocity regeln. Und das ist auch eine richtig coole Funktion und hilft dir nochmal, schneller Beats oder Drums zu programmieren in Logic Pro X. Und damit kommen wir schon zu Tipp Nummer 3. Hier geht es jetzt um die Time Handles. Wer von euch hat schon mal die Time Handles gehört oder damit gearbeitet? Schreib es in die Kommentare. Sehr coole Funktion. Mit den Time Handles kannst du MIDI-Events stretchen oder zusammenstauchen. Und damit kannst du richtig abgefahrenes Zeug beim Drum-Programming machen. Ich habe jetzt hier 5 MIDI-Events eingezeichnet. Ja, das siehst du hier. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Und was ich jetzt machen kann, wenn ich die Time Handles benutze, den löschen wir noch, ist, wie gesagt, die Sache hier zusammenzustauchen. Die Time Handles findest du hier. Und jetzt ist wichtig, dass das Zeigerwerkzeug aktiviert ist. Mit einem anderen geht es nicht. Wenn ich jetzt hier diese Noten markiere, siehst du dann diese blauen Handles, auf Englisch Handles, das sind einfach Griffe. Jetzt kann ich hier diese MIDI-Events markieren. Oder ich kann genau den Bereich markieren, den ich stretchen oder eben stauchen will. In dem Fall möchte ich es jetzt stauchen. Und zwar nehme ich das jetzt einfach hier oben und ziehe es hier rüber. Was dann passiert, ist faktisch, dass wir Quintolen erzeugt haben. Ja, jeder weiß, was Quintolen sind. Ja, wir haben in dem Fall jetzt 5 Sechzehntel auf die erste Viertel. Okay, ich nehme wieder hier, fahren wir mal wieder ein bisschen kleiner. Ich nehme wieder meinen Lieblingsbefehl. Ich liebe den so. Können wir den ganzen Tag lang machen. Ja, und was wir jetzt haben, das sind Quintolen über diesen Grundgroove hier. Das heißt 5 immer auf eine Viertel. Kleiner kurzer Zusatztipp noch zum Drumsprogrammieren. Wenn du das gerade bei solchen Polyrhythmen spannender machen möchtest, ist es ganz cool, wenn du hier mit der Velocity arbeitest und praktisch damit den Zuhörer zusätzlich verwirren kannst. Und da entstehen dann so gegensätzliche Grooves und Rhythmen und der Zuhörer weiß nicht mehr, wo die 1 ist. Und das macht natürlich sehr großen Spaß. Das hören wir mal rein. Das heißt, du hast diesen Grundgroove da unten und dagegen arbeiten diese Quintolen. Ich mache das mal wieder kurz rückgängig und zeige dir noch einen anderen coolen Trick, den du anwenden kannst. Du kannst jetzt natürlich auch diese Quintolen, die wir jetzt hier eingezeichnet haben, die müssen natürlich immer alle, nicht alle durchspielen, sondern wir können auch einfach welche löschen. Ich lösche jetzt in dem Fall immer 2 und 3 und die letzte. 2 und 3 und die letzte. Und so weiter und so fort. Und was dann passiert ist, na, nicht den hier. Was dann passiert ist, dass es dann so klingt. Und dann hast du einen Scharfe Groove aus Quintolen gemacht. Kleine Spielerei mit Polyrhythmen. Übertreiben wir mal es noch ein bisschen weiter und versuchen mal mit Septolen zu arbeiten. Ich zeichne jetzt also wieder diese, oder ich zeichne mir jetzt hier mal mit dem, nehmen wir wieder das Pinselwerkzeug jetzt einfach, nee, das Stiftwerkzeug. Ich zeichne jetzt mal hier 7 Sechzehntel ein. 4, 5, na, 6, 7. Stimmt das jetzt? Ja. Und du kannst natürlich mit den Time Handles jetzt nicht nur diese Events hier zusammenstauchen, sondern ich habe vorhin gesagt, du kannst sie auch auseinanderziehen. Und das probieren wir jetzt mal. Ja, ich habe hier die Time Handles wieder hier kurz dahinter ansetzen. In diesem Fall stretch ich sie jetzt nicht, sondern ich ziehe sie, doch, ich ziehe sie auseinander. Zack. Ja. Und jetzt haben wir diese 7 Noten hier auf einen vollen Takt und deswegen haben wir jetzt hier Septolen. Okay. Wichtig ist, dass du die Time Handles immer wieder ausmachst danach, ansonsten kann es wirklich sein, dass du Probleme kriegst, weil dann bezeichnest du irgendwelches wildes Zeug hier ein und das ist dann nicht so gut, da kannst du durcheinander kommen. So, was wir jetzt hier haben, sind wie gesagt Septolen und auch hier kann ich jetzt wieder arbeiten mit dem Velocity-Werkzeug. Wir können die Leute jetzt hier richtig mal durchdrehen lassen. Ich mache einfach immer die erste, lass drei frei und dann entwickelt sich hier so ein schönes gegentaktiges Pattern und kein Mensch kann mehr mitzählen. So, ein richtig guter Drummer spielt hier, das live mit der Überzeugung von einem 40-Tonner, der abwärts rollt. Jetzt würde mich interessieren, habe ich zu viel versprochen, am Anfang hast du diese ganzen Tipps und Techniken schon gekannt oder nicht und mich würde auch interessieren, wie programmierst du deine Drums eigentlich? Sagst du, das hier im Piano Roll Editor, das ist kalter Kaffee, ich arbeite schon längst mit einem Step Sequencer oder arbeitest du tatsächlich auch noch lieber, wie ich hier im Piano Roll Edite? Bitte schreib mir das unten in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen oder zwei Daumen nach oben, über neun Abonnenten und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann! Bis dann!